Strasse, wie stölt es um jetzt? Stölt es um, Strasse? Strasse, wie stölt es um, Strasse, wie stölt es um? Strasse, wie stölt es um, Strasse, wie stölt es um? Strasse, wie stölt es um, Strasse, wie stölt es um? Strasse, wie stölt es um, 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 Strasse, wie stölt es um? Strasse, wie stölt es um, Strasse, wie stölt es um, Strasse, wie stölt es um? Strasse, wie stölt es um, Strasse, wie stölt es um, Strasse, wie stölt es um, Strasse, aber wenn es wüssten wir was spenden. Strasse, wie stölt es um, 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 St Ich hab aber eh zum Lodner gesagt, dass wir es vielleicht auch anders machen können, als ich mit dir fahre und erhob er mit dem Bache. Ja, schauen wir dann. Ja, streng wir es noch. Die Knips ist schon live. Okay. Du hast was weißt. Beim letzten Livestream war ja Jumpscare, gell? Ne, ich hab mir es eh gedacht. So. Gehen wir auf Bereits, hauen wir es in die Partie. Schwierigkeitsprofi. Ja, ich ja. Ja. Opa. Ja. Ich hab's eh mitgekriegt. Vielen Dank für deinen Follower noch einmal. So, ich nehm EMF, ich nehm einmal Kamera und dann nehm ich einmal die Box mit. Sag mal bitte, was ich nehme. Eine Taschlampe ist wichtig. Das sind die Großen, die hier sind. Mit E nehmst und mit linken Maustausstärkst du wirst. Kannst du auch so ein EMF mitnehmen da oben. Eines hängt noch. Das? Ja, und dann kannst du auch Kreuz einmal mitnehmen. Ein Kreuz? Ja. 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 Und mit F kannst du es dann platzieren im Haus. Der Strom, siehst du da, siehst du auf der Karte, siehst du das Stromzeichen. Dort ist der Kosten, der Stromkosten. Da kannst du die Stockwerke durchschalten. Der Strom ist in der Garage. Weißt du, der Grüne da unten ist heigungen oder was? Ja, genau. Das kleine und gleich links, links. Ja, wir gehen in die Kugel. Wie gesagt, das ist die Map, der keine... Auswendig. Ich brauche keine Taschenlampen mehr. Es schneit. Aha. Das heißt, die Minusgrad. Wie gesagt, das EMF hat immer aufgetragen. Spiegel. 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 Knochen da im Wohnzimmer. Moment. Den kleinen Sessel. Ja, sicher. Dann geh mal den Strom auftragen, dass ich was sehe. Strom ist auftragen. So, in der Garage gibt es zwei Verstecker. Knochen ist im Wohnzimmer beim Kleintisch. Ja, 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 ja. Das EMF, was zeig ich jetzt genau? Sobald du einen Ausschlag hast, zeig dir da, wo der Geist was gemacht hat. Hast du schon was gehabt oder was? Nein. Okay. Ist wichtig. Wenn du was hast. In der Weile haben wir da oben sechs Grad, aber... Ich schau mal in den Keller. Und auch her. Hin und wieder schmeißt er was, dann kannst du auch ungefähr die Richtung bestimmen, wo er daheim ist. Gut, der Keller schaut einmal sauber aus. Wie heim. Kann der Akku laut werden? Nein. 6 Grad. Wo ist er? Ich hab da weil zwischen 6 und 7 Grad. Da ist 8. Was heißt 6 und 7 Grad? Sie tut die gerade messen. Der kühlste Raum ist der Geisterraum. 7. Ich geh mal jetzt ins Keller. Geh mal in den Keller. Dann einmal vorräumen in die Garage. Wo ist er denn? Vielleicht ist das ein Schade. Ja, aber der müsste auch was machen, wenn du nicht in der Nähe bist. 1 Grad hier unten. 1 Grad hier unten. Aber ich hab die Auto gekehrt. Ja, das waren wir. Wir waren in der Garage. Da ist Atem. Ja, der erste Tür. Da ist 1 Grad. Im Zimmer? Da herrin, ja. So, ich leg das EMF einmal mit G. Du kannst wegschmeißen, das was du in der Hand hast. Warum sie es wegschmeißen? Naja, weil wir jetzt unser ganzes anderes Klumpert einmal oben sind. So, wenn du dann kurz raus gehst, probiere ich dann mal zum Quatschen mit ihm. Bist du hier? Bist du hier? Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Hä? Hat er was gesagt? Nein, er hat... Ein Buch ist drin. Huah, jetzt kommt der Vorraum aber aus. Was hat er jetzt geschmissen? Fuck, wo ist der? Nipsi, ich glaub der ist ja im Vorraum. Na, bin mir nicht sicher. Oh ja. Dann hat er gewechselt, weil der war vorher drin. Warte, 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 warte. Irgendwo hat er was geschmissen. Drüberes Zimmer. Ah, da herinnen. Hä? Sind das Zwillinge? E-MF3. E-MF3. Also, ich hab hier in ein Orb. Ich bin die Balken oben. Ja. Das ist die Stufe. Wenn alle Balken viel sein, ist so ein E-MF5 Ausschlag. Das ist dann ein Beweis, gell? Ein Orb habe ich, gell? Okay. Das ist gar nichts mehr drin. Warum ist der Buch zu? Vielleicht will er nicht reinschreiben. So. Aha. Er schreibt. Fuck, ich brauch... Oh. Also, Buch. Hat das noch gezählt oder nicht? Ja, drei Sterne. Geisterbuch. Ja, aber wo ist Geisterbuch und kein Ereignis? Schade. Gut. Wenn du jetzt auf Ja drückst, kannst du auf Beweise gehen und dann kannst du schon mal das Geisterbuch... Orb haben wir auch, gell? Und dann Orb haben wir auch. Mare Revenantai. Was? Was kann ich da jetzt auch? Da kann ich ja schon alles sagen. Nein, das Geisterbuch haben wir gehabt bis jetzt und dann Orb. Und Minus. Und Minus? Ja. Gefrier. Revenant. Oh, gefährlicher. Ja, das ist schnell gegangen. Haben wir ihn schon, oder? Ja, wir wissen schon, was ist. So, jetzt werden wir noch die Fotos alle zu Ende machen. Ah, ja, ist Kruzifix, hast du unten reingelegt ins Kamerl? Kruzifix? Ja, ist Kreiz. Den Kreiz. Nein. Wenn du die Herd buchst und F drückst, dann siehst du einen weißen Kreis. Ja. Dann schauen wir, dass er ziemlich das ganze Zimmer entdeckt, weil dann kann er keine Hand starten. Es ist egal, es ist ein neues Kreiz. Ja, dann legst er da einfach in die Mieten. Passt. Mit F, genau. Passt. Perfekt. Äh, was brauchen wir so jetzt? Bewegungssensor brauchen wir auch. Und ein Geister-Ereignis. Hast du eine Kamera aufgestellt, damit er den Ort zeigen kann? Ja. Ja. Musst aber das... Ja, also man weiß das Licht. Ja, trast dann an, wenn du da unten bist. Ja. Ja. Ich würde das zeigen, wie der Ort ausschaut. Man sieht dann das Licht da draht. Scheiße. Okay. Das war noch ein Event. Ja, weißt du, letztens hat es auch gesungen und dann... Ja. Gerade ein kurzes Licht da, glaube ich... Sicher mal... Genau. Siegst du bei deinem Regal? Ja, da siegst das weiße Licht. So dahin schweben, siegst du das? Die weiße Kugel, das ist ein Geister-Orb. Das ist dann der Beweis für ein Orb. Ja. Du weißt, wie das ausschaut. Jetzt schmeißt der irgendwas... Irgendwas tockt dem Ganzen gar nicht. Ich geh mit... Zweimal Salz, aber... Passt. Muss ich noch was mitnehmen. Bewegungssensor ist auch fertig. Sonst dreht man eigentlich alles. Wir brauchen nur mehr Fotos. Ja, wir brauchen... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Haben wir da brauchen wir da? Nein, brauchen wir auch nicht mehr. Ah, du kannst ein Feuerzeug mitnehmen und so ein... Licht, was da hängt. Weil wenn er das ausboostet, dann... können wir ein Foto machen davon. So. Warum ist das Video jetzt aus? Ja, das ist nur, wenn es weg geht. Und falls er hinten solltet, musst du vom Keller rauf rennen, da in die Garage. Und dort hintere. Und entweder versteckst du dich dann da hinten, da drinnen. Oder du rennst da rein, hinter das Regal, aber gedückt, das geht auch. Und das Licht ausmachen. Ja. Na gut ist. Irgendwie habe ich schon Angst ein bisschen. Es ist ja stark finster. Ja, drauf ist leicht. So. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Die Kerzen kusten auch da rein, stehen ins Kamerl. Mit F. Woher? Ja, irgendwo hin. Wurscht. Irgendwo im Raum. Mit F. V whitum. Japp. Kuck dich. Ja, jetzt. Auch Safety. Ah, jetzt. Zitzt es noch einmal an? Nein. Ja. Das geht nicht mehr. Nein? Nein. Nehmen wir mal das Feuerzeug jetzt in die Hand. Und probieren mal, ob das irgendwie geht. Weil die Landmache erst freigeschalten. Mit der kann ich mich selber noch aus. Nein. Gib hier mal das Feuer. Ah, rechte Maustaste. Gedrückt halten. Gut, das sonst war es, brauchen wir noch ein Foto für das perfekte Spiel. Jetzt sind wir fertig, dann hast du deinen ersten Geist überlebt. Viel Stimmung hat er eh nicht gemacht. Ein Foto brauchen wir noch. Ja, wenn du auf J drückst und auf Fotos gehst, siehst du, dass alle Fotos, was ich bis jetzt gemacht habe, drei Sternefotos sind. Und eins fehlt noch. Wenn du alle Fotos hast, und bei Überblick hast du dann die ganzen optionalen Aufgaben, die haben wir jetzt auch schon erledigt. Wenn du das alles hast und den richtigen Geist, hast du ein perfektes Spiel und kriegst die meisten nichts dafür. Okay. Danke, das war's. Oder? Jawohl, wir sind fertig. Was? Ehe nicht so schlimm, oder? Ich glaub, da können wir Jumps gehen und so. Naja, er hat nicht wirklich viel gemacht. Es gibt schon andere Geisterordner. Wartner, wartner. Aktiviert die Spielruhe. Ja, das kann ich machen. Was? Jetzt bereit. Ja, die Taschenlampe kann man dann auch dran. Ich verpisst mich. Einer geht ins Verstecklicht auch dran. Einhugeln und ins Ecke. Er will ja sehen. Na ja, war neu an sich, dann kommt er her. Kommt er schon runter zu. Jetzt pante der. Und jetzt? Jetzt müssen wir warten. Jetzt. Jetzt. Du da hinten. Dort wer da Taschenlampe macht, oder so? Nein, nein, nein. Der ist leicht immer. Und jetzt? Müssen wir warten, bis er aufhört. Hörst, dass er hin und her geht, oder? Ja. Wenn das nicht mehr mehr hörst, dann ist er aus. Wo ist er? Wir können ihn gern sehen. Und der ist ja. Ja, in die anderen Maps. Pass auf, sonst hält er dich, wenn es dich sieht. Da ist keiner. In der Kuh gerissen. Oh Gott. Es ist schon alles. Ja. 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 Na und raus, schon hast du bei Jodh hast du den Ravenant schon eingekreist. Raven? Du meinst Rävenunt? Mhm. Ja. Genau. No, jetzt. Passt. Dann fuhren. Was ist wenn wir es jetzt falsch haben? Es ist nicht falsch. Das ist ja auch 1480 Gold. Wer war es? Da unten steht es, der Geist war in Ravenant. Und da siehst du jetzt eben alles, wieviel Kohle du für was halt gekriegt hast. 1480. Ja genau, sollten wir ja alle gleich viel haben. Deppert ist ja schon Level 5 wahrscheinlich jetzt. Level 5 ja. Sag ich dir. Schön. Okay. Na gut. Action. Dann machen wir doch... Camp. Na ja, da stirbe ich wieder. Na gut. Oder ich? Ich bin bereit. Eins von uns, zwei stirbt doch immer. So, wie gesagt entweder nimmst du wieder so ein EMF oder du nimmst das war Temperatur. Mit beiden kannst du quasi den Geist aufspüren. Ich würde mir halt eins von den zwei nehmen. Eine Taschenlampe. Hey, es ist schon wieder Dots 3 drin. Warum? So, ich nehme mal vor. Die Kamera. Und du? Ja, ich habe eh eine genommen. Kannst du das eh liegen lassen da unten. Ah, das war ein Kreuz wieder. Ja, kannst du das Kreuz nehmen. Das heißt, dann nehme ich noch einmal das mit und dann haben wir eigentlich alles. Ich hab Buch und Demo mit. Dann haben wir einen Benjamin Lancaster. Na gut. Dann gehen Strom um mich auch aufdrehen. Mhm. Strom läuft's. Wenn irgendwer in Knochensicht, bitte sag. Knochen? Aha. Irgendwo liegt immer ein Knochenteuer, Madame. Das muss ich dann fotografieren. Hat da wer mit der Gitarre gespielt? Nein. Oh ja, der Geist. Da, Lagerfeuer. Boah, das ist schwierig jetzt so, ne? Eigentlich ein Knochen. Ein Kreuz. E5, E5, E5. E5, E5. E5, ja. Ist jetzt die Frage, ist er drin? Oh ja, er ist. Er müsste da im Kreis sein. Ehe mit 5 haben wir ein Knips. Ja, hab schon eintragen. Dotz hat schon auf... Also Dotz. Habe schon. Jetzt ist es wieder weg. Ja, 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 das bleibt ja nicht eh weg. Das ist nur, wenn der Geist was macht. So, ich will zur Sicherheit noch ein Kruze. Hinten legen. Jetzt sind da wieder das Zwar so jetzt drin. Ich muss mir das anschauen dann. Dotz. Dotz, hab ich es gesehen. Habe ich gesehen. Was? Dotz ist er durch. Ja, Dotz, der grünen Geist da, oder quasi durch die Lichter durchrein gesehen. Das ist das Dotz. Das heißt, er ist definitiv da herin. Ja, Geisterbuch kann nicht mehr sein. Was muss ich jetzt machen? Na ja, jetzt. Du hast die Geisterbox, gell? Ah, Gefrier Ultraviolett. Bum, 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 bum. Da haben wir dabei noch nicht. Jetzt suchen wir noch einen dritten Beweis. Ist das Ultraviolett irgendwie da? Ja, hol ich gerade. Oh, er ist aber ins Holz treten. Das heißt, das ist kein Gespenst. Ja, und Temperatur ist auch maximal nur 4. Mehr geht nicht runter. Pass auf, das heißt, das Gespenst wäre Box. Das heißt, Box ist einmal nicht. Box könnt ihr streichen. Ultraviolett, das Birchli ist auch draußen. Gefrierter Arb. Ja, ich kann mal anhageln, oder was? Durchstreichen. Okay. Ohne, gar ja, der Reitschuh ist alles. Gefrierter Arb. Das wird ja auch schon ausschließen, weil da wird... Das Geisterbuch aufstreichen. Naja, 2,5. Nein, das Buch und die Box, ja. Was hat er da jetzt geschmissen? Wissen wir nicht. Ja, zwischen 2 und 3 Grad. 5 wieder. Da ist er wieder ein ins Holz. Passt. Aber keine UV, oder? Nein. Passt, das heißt, das kannst du theoretisch auch streichen. Reitschuh oder ohne ist das? Theoretisch, sag ich einmal. 1,4. Es könnte nicht nur ins Minus gehen, aber... 1,9. UV liegt die da, oder? Die liegt da. Wo habe ich denn jetzt die Taschenlampe... Ah, die Kamera hingehaut. Noch ein Schritt, oder? Da ist er mein Salz gestiegen. Gehen wir mal schauen, ob es... Ja, wieder, wieder keine Fußabdrücke. Äh, wir holen die Fotoapparat hin. Verdammt nochmal. Der ist beim Lagerfeuer. Puff. Hand, Hand, Hand. Nein. Oh ja, ich sehe ein Orb. Kriegst du ein Orb? Ja. Reitschuh. Passt. Es heißt, alle elektronischen Geräte ausmachen. Der Reitschuh entzieht da Strom und rein schnallen. Das ist alles angetauscht. Das hat dener. Ja, die Kamera auch aus, oder? Ja. Jeder da mal... Einmal Tabletten reinpfeifen, oder? Was müssen wir denn machen? Ja. Passt. Jetzt geht die geistige Gesundheit wieder rauf mit den Tabletten. So, und dann nimmst du da auch mal so ein Räucherstäbchen und ein Feuerzeug. Falls er handelt und er rennt auf die zur, kannst du mit rechter Maustaste das Räucherstäbchen benutzen und dann zieht er die für kurze Zeit nicht. Dann kannst du ihm da vor rein, dann quasi, weißt? Ja. Und ich brauche das. Haben wir den Knochen schon? Nein. Jetzt schmeißt er mit Pellen. Das ist mir wurscht. Ich schau, wo der Knochen schnell ist. Wo haben wir denn ein Versteck? Da dahinter ist er ein Versteck. Hinter der Bänke ist er ein Versteck. Da ist er im weißen Zelt, das Knochen. So, jetzt schau gleich her. So schaut das aus, ne? Siehst du? Ja, meistens ist es eine Wirbelsäule oder nur... Dann kannst du ein Wege aufnehmen, dann hast du wenigstens bei dir in der Vitrine auch mal was. So. Pass auf, Fotos haben wir alle. Das heißt, ich brauche noch ein Kerzen. Und dann sind wir eigentlich da schon wieder durch, oder? Da sind die am Vormittag ein bisschen... Na ja, Geister sind halt nachtaktiv, ne? Er schmeißt aber ziemlich viel. Mhm. Ein Buch. Mhm. Ein verfluchter Gegenstand haben wir auch schon gefunden, oder? Nein, habe ich jetzt gar nicht geschaut. Und dann ist wahrscheinlich... Dann wird hinten die Hand länger. Liegt es da? Nein, nein, nein. Liegt gar nicht. Dann der Rohkarten vielleicht? Nein. Wir waren fertig. Nein? Ja. Ah. Okay, wir müssen ihn nicht umlassen. Ich kann nicht harten. So, da ist ein Versteck. Da oder dahinter? Das zählt als Versteck. Dann. Da hinten. Das zählt als Versteck. Da hinten eine. Mhm. Dann haben wir... Nein, da ist nix. Das heißt, das, das... Die Tonnen. Da dahinter die Tonnen ist noch eins. Das da. Es ist noch die Frage, wo er halt los startet. Meistens sponnt er gern in mir drinnen, wenn wir da sind. Warte mal kurz. Hast du den Kreuz da woher gelegt? Nein, noch nicht. Okay, dann los, los, los. Brauchen wir nicht. Wir wollen ja, dass er handet. Wir brauchen das. Ich habe das andere nämlich jetzt auch raus. Was? Was? Eine Hand. Eine muss einen Bräuchern. Nein, nicht stehen. Der ist hinter mir. Hat mich gesehen? Oh, der kommt zu euch. Eine stirbt. Er hat mich gesehen. Der alte Opa mit seiner Axt. So, jetzt müssen wir ihn noch mal handen lassen. Hallo. Hallo. Es ist eine alte Opa mit seiner Axt. Jetzt da hinten vom Zeltwecker, glaube ich. Von da irgendwo ist er ein Wecker gestaltet. Ja, ich bin hinter dem Baum, also zwischen dem großen Baum und den Feuersteller gestanden und dann war er hinter mir. Hallo, Mr. Geistmeil. Ja, hoch, wenn anders in so. Bitte. Ich stelle mich jetzt. Wie heißt der Name? Äh, warte, ich gehe schon. Benjamin. Benjamin, gib mir ein Zeichen. Benjamin, gib mir ein Zeichen. Benjamin, zeige dich. Deine Mutter lutscht in der helle Schwänzer. Echt jetzt? Echt jetzt? Das soll ich ahnen, Alter. Dann musst du sagen, komm und hol mich. Ja, ja. Willst du mit mir spielen? Aha. Schmeiß den mal dann. Aha. Willst du fangen spielen? Benjamin. Warte. Wo ist er? Ah, da hinten. Er kommt, du rennst ihm, ich meine. Er ist noch bei der Feuerstelle. Passt schon, ich bin schon im Versteck, ich bin safe. Er ist in der Feuerstelle drin. Ja, ja, lass ihn. Sag's noch. Ich hab sie, ich bin ein Profi. Geh, geh, geh. Oh, süß. Es ist vorbei, wir können nach vorne. Ich komme da raus. Linke Maustasten und aufmachen. Bis da. Zu dir. Ja. So. Der alte Knacker hat mich geholt. Echt jetzt. Reitschuh habt ihr eingekreist, alle? Ja. Das haben wir, das haben wir. Ich muss irgendwas auch noch durchstreichen. Nein, nein, du brauchst nur einen richtigen Geistertyp eingreisen. Ja. Passt? Ja. Da fahren wir. Na schau, jetzt hab ich mich geopfert, damit nicht du stirbst, Bauch. Ich bin ja nicht draußen gestanden, wie die Tür zugegangen ist. Na, super bist. Also so gesehen hast du uns geopfert. Uh, neues Level freigeschaltet. Level 80. Schau, reint ja eh. Es ist ja fast zu einfach. Etch fehlt. Dann könnte man halt Profi spielen. Also Meisterspielen. Fangen wir mit der ersten an. Knirps, geh auf Tanglewood Drive. Und warte mal, ich muss da jetzt umstellen. Ich will bei den Equipment Manager, ich will die 2er Dots haben. Und ist 3er Sowets und die 3er Sanity und ist 3er Licht. So. Und die Hof. Das tut jetzt so passen, oder? Dots 2, oder? Ja. Ja. Passt. Bereit? Er ist schon auf Level 7. Schau. Ja, 7. Bis wir anfangen hat er die Equipment genübse. Geh, geh. Nee. Hahaha. So. Ich nehme die MF, diesmal nehme ich auch Toschenlampen mit, weil die MF können nicht so auswendig. Bewegung, Gruzzi und wieder räuchern. Mhm. Und der Strom, so wie es aussieht, ist im Keller. Das Haus ist nicht mehr mit. Wie du wisst, wie gesagt. Ich nehme wieder Kreuz mit. Ja. Weil für den Anfang, wie gesagt, entweder EMF oder eben Temperatur, dass man dann eben sehen, wo er daheim ist. Und ja, den Rest holen wir dann eben eine kleine. Passt. Strom ist im Keller. Oh, schönen Sommer. Aufkommen. Ich geh mal Richtung Strom. Strom ist aufgeraht. Im Keller gibt es ein Versteck unten. Da dahinter der Kisten. Ich schau mal in die Garage gleich weiter. Der Voodoo-Puppen sitzt einmal nicht da. Späler im Babyzimmer. Späler im Babyzimmer. Späler im Babyzimmer. Späler im Babyzimmer. Halt. Hat der da was geschmissen? Ja. Garage ist er. Mal schauen, ob er das jetzt noch zahlt hat. Jawoll. Die Farbdosen da hat er. Da geschmissen. Passt. Das heißt, wir wissen einmal, wo er ist. Geh mal die Spiegel fotografieren. Und dann hole ich die Dotz rein. Erstens spiel, wo er ist fotografiert. So, warte mal die Kamera. Hau ich da mal rein. So, dann nehme ich meine Box. Nein, Box mache ich später. Ich nehme UV mit und Dotz. Wer hat denn noch einen Platz? Die Box brauchen wir noch drin. Dann kann ich die Dotz schlafen nicht da dran. Wenn du das in der Hand hast, geht es nur mit rechter Maustasten. Achso. Nur wenn du das nicht in der Hand hast, geht es mit T. Hast du noch einen Platz frei? Habe schon. Habe schon. Geh mal. Bewegungssensor hätte man auch brauchen. Wie schaut es denn da aus? Ist der frei? Nein, der ist voll. Kein Versteck. Ah, da liegt ein Knochen. Passt. Buch hat er reingeschrieben. Okay. Die Knochen habe ich genommen, oder? Oh, ich hätte mir ein Foto gebracht. Ist egal. Kriegen wir schon was anderes auch noch. So. Tür hat er weg. Ah. Tür, Tür touch. Tür touch. Keine Finger abdrücken. Nein. Ich lasse die aufhören, aber gleich da fallen. Falls er wieder mit ihm greift. Box habe ich auch da fallen lassen. Falls weg wird, schon will. Als Kruzi kannst du auflegen dabei. Schau noch gar. Mein Arb habe ich jetzt nicht gesehen, aber der Licht hat ja brennt. Bewege am Sensor. Vergieß mir den Knips. Ja. Er toucht schon wieder die Tieren. Hat er Platz gewechselt, weil da erinnert sich kein Arb. Muss ja kein Arb sein, oder? Weiß ich nicht. So. Komm her. Da liegt der Kruzi. Als andere lege ich da her. Und dann Bewegungssensor muss man aufstehen. Hab ich schon. Genau. Dann hole ich mal das Salz. Ist schon aktiviert. Naja, das können wir selber auch gewesen sein. Ja. Da ist einer von uns eine Grenze. Äh. Was? Garagentür. Die Tür. Die Tür. Die Tür. Jetzt ist es nicht weit erwischt. Ja. Jetzt ist es schon zu spät wahrscheinlich. Haben wir einen EMFV gehabt? Da liegt es. Drei. Dotz, ich habe Dotz gesehen, ein kleines Kind. Okay. Deogen oder Tai. So, wir haben das Buch und Dotz. Das heißt, Geist, Buch und Dotz. Das heißt, EMF ist draußen, Ultraviolett-Streiche, Gefrier-Streiche, dann ist Orp oder Box. Das heißt, ich hole die Box. So, jetzt ist es auch. Die Box liegt schon da. So. EMF Levels 5 haben wir jetzt, gell? Nein, das ist hinfällig. Genau, genau bei deinen Füßen. Das kannst du streichen, ja. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Was steht da? Da draußen. Was weißt du, ich habe ein Geist davon? Die Partei bleibt aber lange stehen. Oh, ich sehe, es ist ein Schaden. Was möchte ich in der Box machen? Bist du hier? Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Bist du jung? Du kannst kurz aus dem Zimmer raussehen, gell? Vielleicht redet er nicht, wenn zwei drin sind. Bist du hier? Bist du hier? Wo bist du? Wo bist du? Ah, er hat geredet. Okay. Box. Das heißt, Box, wir haben die Augen. So, von die Augen kann man sich nicht verstecken, aber sobald er bei dir zu wird, ist er urlangsam. Er ist schnell und wird dann urlangsam. So, wir brauchen noch Kruze. Und... Das heißt, man kann sich nicht verstecken. Man kann sich vor allem nicht verstecken, ja. Passt, Fotos sind fertig. Also, Kruzejagd und Räucherjagd brauchen wir. Passt, dann holen wir sie Räucherstäbchen, dann räumen wir die Kruzes weg und dann schauen wir, dass er jagen tut. Also, einmal müssen wir schauen, dass er eine Kruze nimmt, okay? Ja, passt. Ist so. Wie gesagt, der Vorreiner kann man nicht. Das heißt, wenn er hantet, müssen wir... Räuchern. Nein, das sowieso. Aber wir müssen da in der Kuchel mit ihm im Gras rennen. Da, oder? Da. Aha, er hantet. Kommt sie auch zu mir. Aha. Ah, ja, gerade. Der ist ja urfies. Das war keine Hand. Das war ein Event. Wer hat da gereichert? Hey. Nein. Muss man ja. Muss man ja. Das war keine Hand. Ja. Ääääh. Jetzt hat es... Jetzt hat es wieder verschissen, die Knebs. Da hingehen wir, weil da liegt eine Kruze und da liegt eine Kruze. Wir müssen zuerst einmal schauen, dass er eine Kruze anknabbert. Warte mal, was läuft. Keine Hand. Alles gut. Ja, ja, ich sag's nur, weil sonst reicherst du wieder. Nein, der hat mich jetzt voll angehaucht. Gibt's ja nicht. Das Kleine. Ja, jetzt hast du das Wort. Ja, dann dreht er das Licht ab, dann wird es schneller handeln, wenn es Sanity sind. Was schlampft denn nicht mehr auf da dran? Dadurch, dass er eh langsamer ist wie wir, falls es wirklich eine Hand ist. Aber normal sollten sie die Kruze fix anwählen. Ah. Keine Hand, keine Hand. Ja, die Sanity sollte ja schon voll im Kölner sein eigentlich. Bebe, beep, beep. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. Das ist noch ein Sack. Also eine Brecke rüber. Das ist ein Arztloch. Jetzt räume ich eine kurze mal raus. Vielen lieben Tag für dein Follower und Willkommen! So, jetzt, am gescheitesten stellen wir sie gleich in die Kuchel. Wir stellen uns in die Küche. Ich hau die Kruze noch ein bisschen weiter weg. Ah, bin schon wieder da. So, da räumen wir mit dem Gras. Aufpassen, dass keiner stirbt. Zur Not räuchern! So wie ich vorher! Ah, Hand! Steht zur Kerne! So! So! Nein, du reizt! Der war so klein! Was soll mit dir los? Der war so klein, ich habe es nicht gesehen! Ja, super! Ja, da müssen wir noch mal warten. Ich nehme ihre Reiche mal zur Sicherheit. Wow! Ich schau, wie coole Gymnastik ich da mag! Oh Gott! Ich nebse, so wird kein Geisterjäger aus dir. Nein, heute nicht! Ich opfer mich gern! Und? So! Wo kommt er? Er wird eh langsam! Er wird! Siehst du wie langsam das er ist? Dafür kannst du dich halt auch nicht verstecken von ihm! So ein schirches Gesicht! Warte, warte, warte! Der steckt da fest! Ja, ja, ich habe ihm auch mal geräuchert jetzt! Kommt er wieder! Aus ist! Ja, ich seh mir! That's it! Das hätte die Knirps auch noch machen müssen! Ja, ich hab mich gern für euch geopfert! Schick! 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 Du warst in Panik und hast nicht gewusst, was du tust! Ach Gott! In die Augen habt ihr eingekreist! Ja! Wartet die Augen! So! Pfff! Naja, es ist ja keine Action, wenn man nicht stirbt, ne? Level farmen! Tja! So! Nächste Edgefield Road! Genau! Gehen wir mal durch ein paar Maps! So! Nächste ist der Bauche, der stirbt! Nein! Heut nicht! Wer sagt! Hat mich jetzt schon zweimal für dich geopfert! Dann werde ich nicht bei Erklärung auch noch tun! Das heißt, ich darf nicht sterben! Ah, warte mal! Warum stört dir das schon wieder um? Ich schick's grad nicht! So! Dotz will ich 2er, hab ich gesagt! So! Jetzt ist es 3er! Sanity 3! Lampen 3! So! Und kann ich das da jetzt? Verbeichert denn dir das nicht? So! Das wollen wir haben! Dotz 2! EMF 3! Taschenlampe 3! Gästebuch 3! Box 3! Die haben wir 3! Ufa-Licht 3! Videokamera 3! Feuerlicht 3! Kopfhalswüstung 2! Zünder 3! Zünder 3! Feuerzeichen! Und Bewegungssensor geht ab! Hol! Foto! So jetzt! Sanity! Chal-Sensor! Stativ! Passt! So! Und? Ich bin nicht drin! Bist du nicht drin? Nein! Und kurz! Jetzt ist alles weg! So! Bist du eh da oder? Aha! Warte kurz! Vollgang! Achso! Anzahl! Warte mal! Zack! Du bist mit uns draussen in der Lobby oder? In der Lobby! So! Ich hab das jetzt schon drin! Nein! Ich tu da kurz noch was! Ache! Dann! Warte mal! So! So! Es ist da und da sein, oder? Nun bin ich da oder? Passt! Alles voll! Zack! Map! Die Edgefield Road! Passt! Starten! Warte mal! Warte mal! Ich glaube nicht. Wir haben einen anderen Kreis jetzt so. Ah, ist eine andere Kreis! Gescheiß! Oda, was ist das? Ja, wurscht. Da wird es anscheinend nicht umgestellt aufs... Wurscht. Oh, ist gut. Okay, wer ist hier nervös? Ich nicht. Der Strom ist in der Garage. Wie haben die Terrorkarten? Eine Tür? Bei mir oder bei ihm? Hier im Bad? Ja, weiß ich nicht ob er im Boot oder in der Kuchel ist. Nein, er ist da drinnen. Ein kleiner Raum. Ganz sicher bin ich mir nicht. Ganz sicher bin ich mir nicht. Ist er wieder weg, Emil? Ja, wie gesagt, das hält er nicht lang. Also nicht ewig an. Hast du dich dort? Ich habe Ufa und Tots einmal mit, ja. Dann nehme ich... Ah, Scharfinger abdrücken. Wo im Bad? Auf der Tür. Jetzt sind sie verschwunden, aber ich habe es noch fotografiert. Ah ja, sie ist in der Kuchel. Definitiv Küche. Das hat er geschmissen. Scheiße. Boah, ich bin im Stress. Tür. Jetzt tatscht da die Tür wieder an. Welche? Wie? Wir haben ein Orb. Bei dir. Also Finger und Orb. Ja. Siehst du die Handabdruck? Siehst du den? Das zählt als... Ultraviolett. Ultraviolett, ja. Ein Orb haben wir auch. Das könnte ein Mimik sein. Hm. Ah, ist Gruzifix. Ist... Leg gleich hin. Ja. Das habe ich da her. Das habe ich... da her. Und dann hole... Gut. Wir können uns da mal das Licht auftragen auf alle Fälle. Da mal die Taschenlampen. Bauen wir noch was? Oh, wir brauchen... Kommst du mal mit? Wow, wir haben auch die Hansenräucherstäbchen. Alter Schwede. Senetieren kommen, den gehst während der Jagd. Ein Feuerlicht. Das heißt, du kannst ein Feuerzeug mitnehmen und so ein Licht, das kannst auszünden und einstellen. Aber wir brauchen die Höhlen. Die Höhlen. Im Boot ist er. Oder? Wo? Ist er schon ins Salz gestiegen? Nein, aber da habe ich 3 Grad drin und da draussen habe ich 7 Grad. Achso, jetzt wollte ich den mitnehmen. Okay, warte mal. Bist du hier? Er ist im Boot. Wo bist du? Gib mir ein Zeichen, zeige dich. Ja, Box. Box, das heißt wir haben einen Mimic. Was kann ich anhageln? Du kannst die Mimic einfach einkreisen, das ist schon fix. Der Mimic ist schon her, das erkläre ich dir. Mimic. Wir haben jetzt... Mimic. Ja, wir haben Ultraviolett und wir haben Box. Wenn du die 2 anhagelst, ist der Mimic noch drin. Ja. Der Mimic hat noch gefriert. Aber die Knips hat einen Arb gesehen. Da ist der Mimic zwar ausgegraut, aber das ist das Zeichen für den Mimic. Der Mimic zeigt dir eigentlich 4 Sachen. Weißt du wie ich meine? Ich habe jetzt noch 2 angreizt. Ja, das passt schon. Es kommt 100%ig, kriegst du irgendwann noch gefriert, wenn sie jetzt, wenn wir Messen tun. Und ich lege die Kruze da ein bisschen weiter an. So. Ich hole jetzt Salz und den Knochen müssen wir auch noch finden. Also geht noch einmal. Knochen. Knochen. Ja, oder... Ich geh schon. Ich geh schon. Wohnt er. Kater. Knochen. Holt er. Holt er. Holt er. Holt er. Holt er. Ich habe es schon im Boot. Holt er. Hab ich gesagt! Jetzt war jetzt schnell. Jetzt habe ich das ganze Salz dorthin geklaut. Wurscht, dann hole ich das letzte Salz auch noch. Oh nein! Oben warst du auch schon Knochen umzugehen. Ich bin jetzt gerafflich. Ich war nirgends noch. Oh nein. Im Bad, die Wanne kann auch sein. Ah, die kommt aussieht so, die bläder. Backhand, wo haben wir denn ein Versteck? Oben, im Spinter. Backhand, sehe ich nichts. Wer ist da bei mir oben? Ich bin da, ich bin oben. Er ist aber von Richtung Garage gekommen. Mal schauen, ob er in den Raum gewechselt hat. Wer ist hier bei mir? Ich. Ich. Ich habe noch keinen Knochen gefunden. Da passt so auf. Sanity haben wir, also wir können Sanity Medizin wieder nehmen. Da ist auch ein Versteck. Da brauche ich auch meinen Räucher und ich muss jetzt schauen gehen, ob er in den Raum gewechselt hat. Irgendwie haben wir keine Knochen. In der Garage vielleicht. Oder im Köhler. Ja. Na ja, ich will ja. Aha. Irgendwo hat es gekauft in der Nähe. Ah, in der Küche sind Salz reingestehen gehabt. Echt? Achso, jetzt während der Hand wahrscheinlich. Da ist er. Da im Vorraum. Wo ist dieser blöde Thermometer? Da. Da. Wo habe ich denn den Fotoapparat? Da habe ich ihn eh in der Hand. Im Vorraum? Da ist aber 11 Grad. Dann schau da wo ich stehe. Wo stehst du denn? Da. Da, 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 da. Hand. Super. Wir haben es. Wer stirbt da heute? Ja. Schon wieder der alte Knacker. Aber ich behalte sie da heute. Der war aber direkt irgendwo hinter mir. Also ich habe mich nirgends hin verstecken können. Ich glaube ich. Du kannst dich dabei bewegen. Der Hand ist einmal. Also so weit sind wir frei. Eins. Zwei. Drei. Drei. Ziemlich in meiner Nähe. Fünf. Ja. Eine Gruzie angefackelt. Beim Klavier. Komisch, aber wir waren beide hier und mir hat es erwischt, ne? Wow, der eine Fingerabdruck zahlt nichts. Ah, wir müssen kurz raus gehen. Der ist da beim Klavier. Ganz kurz raus. So, drückt es einmal Y. Das eine Foto müssen wir löschen. Welcher? Da wo keine Sterne darunter sind. Seht ihr das? Dann misst es auf dem Miskiebe dann. Wenn die Knips noch kann überhaupt. Also. Ah, jetzt. Passt. Super. Danke. Super. So, pass auf. Machen wir die Schlampen ganz kurz. Uh. Komm her einmal kurz. Pfeift da sowas rein. Pfeift da beide rein. Pfeift da beide rein. Meine Leichen könnts aber auch fotografieren. Bringt auch Punkte. Ja, wir müssen. Eigentlich müssen wir noch mal einen Knochen finden dann, aber warte. Nein, Köhler war ich noch nicht. Ich war kein Köhler. Nicht Köhler. Und dann muss das ja ziemlich kleine Knochen wieder sein. Darum hat den Pasp. Ich probier, ob wir die Knips wieder beleben können. Mit den Karten. Gehen wir auf, wenn es versteckt. Also einer da kurz. So, ich trau einmal an. So, ich ziehe einmal. Hand. Hand. Er kommt. Er kommt ziemlich schnell. Geht schon. Ich hab schon zugemacht. Ah, er hat mich. Echt? Ach, lecker. Wir haben hier. Hat er die Tiere aufgemacht? Ja, ja, ja. Ehe wie immer der. Was passiert da jetzt? Jetzt bist du im Totenbereich, wo ich auch bin. Ich ziehe weiter. Hallo. Mich siehst du. Hallo. Ja, leicht. Komm mal, es geht und einer wird wiederbelebt. Er kommt wieder. Nein, das ist ein Event. Der Devil ist ein Event. Ja, ich sehe nicht, welcher Karte du ziehst. Warte einmal, hab ich wenigstens schon richtig. Das kannst du dann im Geist sehen, wenn er halt hantet. Ohne dass du stirbst. Okay. Wo bist denn du da nicht? Äh, wo brauche ich? Äh, ich bin da hinten im Zimmer. Da. Oben. Oder? Oben. Ja. Ja. Oh fuck. Er kommt. Ja. Er geht gleich runter. Aber kam er nicht schon beim Aussehen? Er hat oben jetzt weggekommt, oder? Ja. Er geht wieder rauf. Er war oben, ja. Er geht weiter. Er geht weiter. Er geht weiter. Er ist noch unten. Ja. Jetzt ist es aus, oder? Ja. Jetzt ist es aus, oder? Jetzt ist es aus. Oh ja, das schwere. Er lässt mich einfach keinen wiederbeleben. So, ich ziehe die nächste Karten. Nein, will er fortschern. Jetzt sehen wir die nächste. Der Tower. Die letzte, oder? Nein. Der Tower. Daniel. Will er fortschern. Ich meine die nicht. Der will. Ja, er ist erst vor mir. Nein, das war noch. Gut. Da durch. Dass ich allein bin. Und wir sehen nicht, wie wahrscheinlich Fu im Köler ist. Wäre ich fahren. Ich meine, scheiß drauf, oder? Und das ist ja noch, oder? Boah. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wäre ich nicht. Was mögen. Ich weiß nicht, was sie denn jetzt. Wo ist sie denn zu essen. Da ist es einfach nicht gut. Entschuldigung. Ich höre nicht, wenn er aufhängt zum Handen, wenn es mir da an der Hände schreit. Er ist beim Klavier. Da oben ist er nicht. Jetzt gibt es noch reiche. Ja, genug reiche. Jetzt muss er einmal sein. Hallo, wie gesagt, ist auch ein Verstecker. Nöchle. Vielleicht auf irgendein Tisch im Zimmer. Nein. Hand. Du bist gerade bei der Stufe und hast geräuchert. Das ist ein Verstecker. Das ist ein Verstecker. Das ist ein Verstecker. Was? Da liegt er, meine Güte. Wo? In der Garage. Wo? In der Boden ist ein Verstecker. Da liegt ein Verstecker. Wie ist das? Ja, der hat schon ein bisschen mehr Action gemacht. Obwohl ich einen Geist bin, wenn ich die Mimik... Mimik, ja. Ja. Passt. In vorne. Wie bist du, Deppert? Jetzt ist was anderes, ne? Nein. Hast Glück gehabt. Bitte, Deppert. Was heißt Glück? Hallo? Hast du noch Glück gehabt? Also, die Kreatur ist immer die gleiche, nur der Geist ist anders. Nein, sie können auch anders ausschauen, die Geister. Also, es gibt das kleine Kind, das kleine Kind kann grün, dann gibt es die alte Frau, glaube ich, oder? Gibt es die Frau mit dem, was ausschaut wie der Urin? Also, es gibt ein paar verschiedene, aber es heißt nicht, dass das der Geist ist, wenn du den siehst, nicht? Es gibt dann einen ur-dicken Fleischhocker-Geist, der schaut auch schrecklich aus. Pass auf. Stop. Was haben wir da jetzt gehabt? Da... Level 3, Level... Ah, da, da wollte ich her. Ja. Guna 200, 2, rauf geht's, Glück. Ja, wegen dem Tod. Ja, Level 10. Geht eh schnell dahin. So, auf Level 3, Level 3, Level 3. Ich darf Crucifix, Level 2. Räucherwerk Level 2, da habe ich wirklich was übergesenkt. Ja. Was ist Max Level? 4? Nein, von alles auf Level 3, mehr Kunst, neue Equipment nicht. Und wenn du Level 100 bist, glaube ich, kannst du Prestige drücken oder so, ne? Glaube. Dann bist du wieder... wieder 1 bei 0. So. Passt. Bin bereit. Na ja, dreiviertel Stunde wärmer. Dann ist es eh schon wieder. Schluss. Hey. Uh. Weil sind wir drin? So. Strom ist im Keller. Einmal, zweimal, dreimal. Einmal, zweimal, dreimal. Irgendwer kann gleich rauf gehen. Geh die halt. Einmal, einmal. Dreht es nicht zu viel Licht auf, das ist schon ein großes Haus, ich sag das mal. So, oben ist ein Versteck. Unten gibt es keines im Keller. So, Strom läuft. So, wenn wir gleich nachschauen. Also, oben sind zwei Verstecke. Da hat er über mir was geschmissen. Da hat er irgendwo was geschmissen, oder? Passt eh nicht. Da ist zwischen 9 und 10 Grad. Noch ein halber. Okay. 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 Also, da ist der Hall. 9 und 10 Grad. Das Witcherbrett war da. Okay. Komm her da. Wir wollen mal witchern. Wer ist? Komm her da. Wurscht. Komm her da. Wurscht. Wo bist du? Wo bist du? Jesus. Oh. Oh ja. Da im Vorraum. Goodbye. Da ist 3,5 Grad. Oh ja. Ist ja der Vorraum normal. Es könnte aber oben auch im Vorraum sein. Ja. Da habe ich ja Atem. Ja. Ja. Ist ja der. Hätte man gar nicht Fragen gebracht. Habe ich ein Foto gemacht vom Witcher? Ich glaube nicht. Warte. Warte mal. Eure Hall gemacht. Ja. Okay. Da gibt es auch kein Versteck. Das da hinter dem Kühlschrank ist Scheiße. Oh. Da ist auch kein Versteck drin. Okay. Oberen Stockwerk sind alle Kleiderschränke frei. Okay. Dann müssen wir aufhören dann. So. So. Dann bauen wir mal auf, würde ich sagen. Okay. Nimm ihn auch nicht raus. Brauchen wir uns mit. Oh. 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 So. Siehst du da, die Kugel. Die weiße. Im Monitor. Siehst du immer so eine weiße Kugel da. Jetzt ist links oben geflogen. Siehst du das? Ja. Das ist der Geister Orb. So. Ich probiere die Box. Dann kannst du die UV Lampen mit reinnehmen. Und ich nehme nochmal Scruzi mit. Ja, wir legen beide auf. Du kannst eins da herlegen, ich lege eins. Aha, scheiße, wo? 5, EMF 5. Foto vom Geist, müssen wir auch noch mal. Ja, Moment, jetzt lass mich da mal. Reitschuh oder Backe. Passt so, Ultraviolett kann's sein, Buch ist weg, Gefrier ist weg, Dotz. Dotz brauchen wir noch, oder? Dotz oder... Ultraviolett. Oder Fingerabdrücke. Geisterbox. Nein, fällt aus. Weiß ich nicht, du brauchst ja nur... Tu's einmal auswählen, die Geisterbox. Dann siehst du, dass kein Geist mehr über ist, ne? Das heißt, der fällt weg. Bei Geisterbuch genau das Gleiche, der fällt weg. Und bei Gefrier auch das Gleiche, der fällt auch weg. Bleibt nur mehr Dotz. Und Ultraviolett. Genau, dann hole ich das zweite Dotz. Puh, Ultraviolett wird schwierig, wenn er nicht so viel outtoucht. Da gibt's auch nicht so viel... Er hat mit dem Teller grad geschmissen, aber... Oh ja, warte mal. Wir können... Hast du noch Platz frei? Licht! Licht in der Küche hat er aufgetragen. Ja, ich geh schon, ich geh schon. Schreib ihn nicht an! Vorher mach! Und Bauchi, du hast nur mehr 18% Senatik. Ach, wie am Finger. 18%! Ja, habt ihr gehört. Oh Backe. Event, event. Oh! Oh! Ja, Finger. Passt. So, wir wissen einmal, was sie ist. Nimm Sanity! Sonst stirbst du. Also Ultraviolett! Genau, Ultraviolett, ja. Auf Backe! Ja, Fingernabdruck. Sonst stirbst. Hast du dir jetzt eine Sanity genommen? Auch so als... Tick! Ich muss eins nehmen. Nein, du hast noch genug! Wir zwei haben genug, er hat nur wenig. 3 Prozent. Wäre reichend, Foto, ja gut. Er hat mit dem Wittscher-Brett gespielt, ne? Ja. Jetzt zahlt auch gleich viel. Passt, wir brauchen Fotos, das heißt einmal... Da habe ich nur einen Platz für einmal Salz. Kann er mehr Salz mitnehmen? Ja. Ich nehme auch einen mit. Nein, so viel brauchen wir nicht, weil der würde eh Fußabdrücker hinterlassen. Ich sollste eh noch da, oder? Wohin, da? Warte kurz, warte kurz. Da ist er reingestehen. Ja. Ich habe es gerade gesehen, aber er hinterlässt keine... Keine Fuß, eins, zwei, drei. Ja, du kannst es... Ja. Du tust da auch gleich dreimal her, du kannst es gleich auf den Hafen dreimal. Er hat da Wasser aufgedreht. Nein, Fernseher. Fernseher hat er, ja, warte ich dreimal. Wann kann ich es nicht benutzen? Ah, jetzt. Ja, passt. Er ist schon wieder durch. Einigestehen, ja. Ja gut, Fußabdrücker, das ist gut. Aber das wird... Einen Fußabdruck gibt er noch. Ja. Was ist mit ihm? Was hat jetzt gezählt? Zu drei Fußabdrücken, jetzt ist er schon weggepasst. Das heißt, eins, zwei, drei, wenn es wo ist. Passt, Fotos voll. Alle drei Stürme. Geist braucht man auch noch, gell? Jo. So, das heißt, UV fliegt. Wurscht, bringt mir nichts, wenn ich reiche nehme. Warte mal, ein Obake haben wir. Ah, Obake sind furchterregende Gestaltwandler, die viele Formen annehmen können. Ja, bei der Interaktion mit der Umgebung hinterlässt es selten eine Spur. Ja, das ist der mit den Fingerabdrücken. Ich denke. Einen Knochen habe ich schon, habe ich gesagt, gell? Ja. Ich denke. So, was habe ich gesagt? Ja, Foto während der Jagd reichen. Gut, es nutzt ja nichts, ich muss. Ich muss die Kruze so aussahen. Ja, ja. Wenn er in mir wieder spunt, dann... Warum versteckt er dich in der Hand? Ja, du musst reichen in der Hand. Ich suche ein Foto machen, was ich gesagt habe. Kruze! Mensch, jetzt lass das Kruze da raus in Ruhe. Vielleicht brauchen wir das noch. Einmal. Zweimal. So. Der Geist ist draußen, der ist nicht mehr im Haus. Oh Gott. Aha. Wo hat er denn da jetzt? So. Ich brauche auf alle Fälle eine Foto. In der Küche. Hat er hergeschmissen, oder? Ja, ja, ja. Aber wir haben die Fotos schon voll. Somit bringt es uns nichts mehr. Tschüss. Haha. Tschüss. Haha. 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 Und jetzt kommt's? Er kommt da hinter dir und da nicht bis dort. Nichts. So lange die Tieren nicht zugehen, ist alles gut. Mir passiert nichts. Na, da war er. Aha, jetzt. Jetzt ist sie dir zu. Er kommt voll oben. Na? Hinter dir. Verscheißen, das war fix nix. Komm her. Scheiße, schieße ein Foto. Hat noch wer reicher? Nein. Ich hab's benutzt, weil's hinter mir war. Müssen wir nochmal machen. Schau's, oder was? Schau's, oder was? Hört sich's an? Es piepst du ja so komisch. Was hörst du? EMF, glaub ich, oder? Nehmt's euch reicher? Der Scheiß ist, was hab ich da? Scheiß auf die Duschenlampen. Zack. 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 Ja. Ist er jetzt von oben, oder von der Kirche? Nein, von der Kugel ist er geheime. Von oben wär das Licht auf dran, damit ich dann weiß, wo ich hinrennen muss. So, ich rauf mir jetzt eine an und dann fang dann an, eh? Ich hab vorher was getrunken und dann noch zu machen. Hand! Ja. Ja. Ah fuck, ich bin tot. Hat's dich jetzt erwischt? Ja, ich war zu langsam. Ja, ich war zu langsam mit dem Reicher. Aber ich glaub ich sollte es... Nein? Alter, ich hab 100 Fotos gemacht von ihm. Nein. Also, holen wir das nicht. Nein. Da, ich geh kurz telefonieren. Ja. Dann geh wir da drauf. Dann schieß ein Foto vom Geist. Das ist da, da dann nach vorne. Aber wir haben keine Reicher mehr, ne? Ich hab noch eins. Ja. Ja. Du musst aber dann du mich beschützen. Wo ist der Fotoapparat? Foto? Nein, das Ding sind gerade das Reicher. So, dann fotografierst du dann oder was? Ja, Mäuse. Okay. Gut. Die Draschen oben auf, dass wir da was sehen. So, bin wieder da. Ja. Wir probieren ein Foto. So. Geht schon, geht schon, geht schon. Oh Gott. Jetzt... Nein. Er ist... Er sieht dich. Ich bin weg. Ich bin im... Schrank. Gut. Haben wir jetzt ein Foto? Nein. 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 Echt nicht? Na, ich bin kapotter. Ich verstehe es nicht. Er hat es, glaube ich, zwei oder dreimal super erwischt. Ich schätze es nicht. Ja, ich hätte ihn, glaube ich, ja. Na ja. Ja, dann muss man halt fahren. Sorry. Diesmal bin ich die Überlebende. Hast du eingetragen? Ja. 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 Bis jetzt habe ich mich geopfert für euch. Willkommen zurück. Willkommen zurück. Ich habe ein paar Jobs für euch vorbereitet. Ah, ist doch das. So, wo waren wir? Der Farmhaus. Der Farmhaus. Hast du schon Neues ausgeführt? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Bursche. Das Strom ist oben im rechten Zimmer hinten. Kruzi-Jagd. 25% Sanity und Bewegungssensor werden wir dann. Ne. Da warte ich ganz kurz. Postlackert an, glaube ich. Hallihallo, Dani. Ah, da wird geschrieben, wenn das Fotobuch voll ist, kann man die Aufgabe mit dem Foto nicht mehr machen. Achso. Achso. Hey, das ist wieder. Okay. Das habe ich nicht gewusst. Danke für die Info. Ah, wie da steht der. Es kann erst seit kurzem sein. Ja, es hat ja ein Update gegeben. Vielleicht haben sie es mit dem gleich. So. Strom ist an. Versteck ist im Stromzimmer. Das spinnt. So, Knochen. Sieben Grad da oben. Da ist es wie immer sicher da hinten. Sechs Grad. Na ja, das ist dann gar nicht so einfach. Drei Sterne von da unten. Ja, schauen wir. Da war halt früher ein einfacher. Da oben ist kein Knochen. Eure, die haben meinen Ledersessel da anders hingestellt. Warte mal. Ich glaube, ich habe auch... Da hat er doch was geschmissen. Kommen wir mal runter zu mir. Witscherbrett ist da hinten. Zu dir runter. Hi. So. Irgendwo da. Entweder auch im Boot oder da im Vorraum. Warte. Hallo. Hallo. Ich komme. Ist er da im Vorraum oder im Boot drinnen? Da habe ich drei Grad im Vorraum. Ja. Da ist Atem. Wo liegt die Switcherbrettl? Weißt du das? Wenn du runter gehst, in die zwei Zimmer in den linken. Bett im Schlafzimmer. Ja. Wo genau? Ah, da. Hast du das? Ja, habe ich. Ich gehe trotzdem noch Knochen suchen. Ich glaube, das ist mit Jumpscares und so. Na, das nicht. Ja, wenn er so Events macht und so. Ja, wenn er so Events macht und so. Ja. Der will mich für Arsch. Knochenbrammen oder was? Ja. Oben hast du alles geschaut? Ja, ich denke ja. Aber weißt du, übersehen kann man immer was. Übersehen kann man immer etwas. Wo liegt der Knochen? Wo bist du? Warte. Kommen sie, kommen sie. Ja, ja. Hat ihm die Knipse übersehen. Hier. Ich war unten noch nicht fertig. Du hast doch gesagt, dass er läuft. Kannst du ihm nehmen. Ja, das habe ich schon fotografiert. Ah, im Badezimmer hat er Licht an. Er ist im Boot. Da ist zwischen 0,8 und 1,2. Kommen. Mit der Ufa, wann ist noch rechtzeitig schauf ich. Dreier. Ja. Er ist im Boot. Der Arsch. Alter. Der will mich ja schlauen. Legst du eine Krutze auf im Boot? Ich habe keines. Ich habe eins. Ich habe eins. Ah, Finger. Das ist ultraviolet. Ja, wir könnten noch Minus auch kriegen. Ja, jetzt habe ich ihn gelegt, ja. Dreier. Minus. Hat das noch? Gene Hunt to Mimic Dämon. Okay, einen Dämon brauche ich gar nicht. Was haben wir? Minus? Minus, ja. Ich hole die Kamera. Minus. Dämonen brauche ich gar nicht. Die sind gefährlich unterwegs. Ich ja. So, ich hole dazu die Kamera. Ich hole da hin. Wie soll es jetzt noch holen? Das hat er denn jetzt schon wieder geschmissen. Wir haben ein Orb, aber ja. Kann ein Mimikana sein. Das war die Box. Dann müssen wir die Box testen. Wohl für Dämon ist, glaube ich, ein bisschen zu ruhig, oder? Kann ich jetzt noch ein paar Bewegung sehen? Ah, Sanity. Da müssen wir noch ein bisschen warten. So, pass auf. Naja, sag das nicht, solange man sich nicht verärgert fühlt, glaube ich, greift er ja nicht wirklich an, glaube ich, wenn ich das noch so richtig im Kopf habe. Telefon. Bist du hier? Bist du hier? Bist du jung? Bist du jung? Ja, wir haben die Box. Das heißt, wir haben ein Mimik, ne? Mimik! Hat der einen Strom, oder? Das kann ich da nicht sagen. So, kurze Bewegungssensor nehme ich mit. Und... Da haben wir es aufgetraut. Ja. Ich habe es mitgekriegt. Es wurde hell. Ich habe es gerade auf den Platz schon gerührt. Da rühlt er auf den Platz schon. Mhm. Ich muss jetzt zu Alzen gehen. Wir brauchen noch Fotos. Ist mein Versteck noch da? Na, den haben sie auch verrückt. Na, geh. Mein schöner Versteck im Babyzimmer ist weg. Das ist kacke. Warum? Hinten im Stromzimmer sind die zwei Spinds. Krutze! Krutze! Ich brauche einen Räucher. Da war das Foto jetzt. Interaktion. Passt. Das heißt, ein verbranntes. Krutze! Ah, Bauchi! Ja? Du solltest was nehmen. Ja, alles im Grünen. Wir haben alles schon abgehackelt. Also minus 25% haben wir schon. Alles ist fertig da. Wir sollten alle eins nehmen. Ich habe jetzt zwei oder drei Fotos gemacht. Salz, Salz, Abgrutze! So. Nimmts eine Info. Theoretisch sind wir fertig. Wieder? Ja. Ich lasse die jetzt dann einmal alles machen. Genau. Eine Runde kann ich dann noch spielen, meine Lieben. Ja, wir sind fertig. Ja, ich sage es ja noch. Eine Runde kann ich noch spielen. Ja. Also Mimik. Mimik. Alle Eindrung? Ja. Ja. Ein, zwei. Mimik! Und jetzt ist was anderes. Es ist ein Mimik. Mimik. So, passen Sie auf einmal. Nein, Willow haben wir. Tja. Machen wir. Machen wir Sunny Meadows. Das kleine. Nein, ist Restricted. Das kleinere. Sicher, damit er sich irgendwo da in die Hosen kackert. Ich spiele es ja auf rechts. Ich glaube, du gehst Jumpske erst. Nein, warte mehr. Nein, warte mehr. Dann müssen wir das andere spielen. Ah, wo ist denn der Strom? Boah, im Kölner unten. Wo ist denn das? Ich habe das selber noch nicht so offen gespielt. Ja, wo ist der Parabol Sanity entkommen? Passt. Das werden wir alles irgendwie zusammenbringen. Kommen Sie mit? Kommen Sie mit, Junge? Ich komme zu. Ja. Jetzt haben wir ja die Pimperlwälden dabei gespielt. Damit sich keiner von euch beschwert. immer klingeln, wenn du da rein kommst, weil sonst sterben wir. Das hat man sich so angewendet. Wo? Wo klingeln? Da bei der Rezeption. Ja. 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 Leise. Dann. Was war denn das? Irgendwas habe ich gehört. Bin mir aber nicht sicher. Ja. 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 das kann man nehmen. Was ist das? Das ist kein Knochen. So, wo müssen wir hin? Keine Ahnung. Oh Gott. Wo ist er? Wo ist er? Da rein? Hier. Da ist er. So, wie mache ich das? Ich hole die Kamera und um. Ja, wir müssen eh rauf. Dort. Wir gehen ganz gechillt. Immer dort hinten. Na, wo ist es? Letztens habe ich ihnen die Glocken versteckt, da waren sie aber voll verzweifelt. So, ich nehme einmal UV mit, einmal die Box mit. Hosen gekackt, eine Kruze liegt schon unten, oder? Weiß ich nicht, ich habe keines mitgenommen, ich habe gebucht. Achso, das heißt, das kannst du immer gleich hinlegen. Warte einmal, wir brauchen das Parapol, das Mikro da kannst du mitnehmen. Das? Ja, da brauchen wir dann, da muss er dann einmal reinschreien. Ich weiß nicht, ich finde da irgendwie nicht mehr oben. Können wir sagen? Ja, hat mich verlaufen. Ich hatte die Richtung? Ja. Ich folge einmal die Zwillinge. Er schreit eh schon, oder? Nein, 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 das gehört zur Map dazu. Da müssen sie, da oder die nächste? Da. Ah. Warte, bleibts einmal kurz draußen stehen. Ja, da war reingeschrieben, wie das auftaucht hat, gell? Ah, Buch haben wir schon. Warte, bleibts trotzdem stehen. Draußen. Bist du hier? Wo bist du? Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Bist du jung? Bist du jung? Bist du alt? Bist du alt? Bist du alt? Weiß ich nicht. Er hat mich auch nicht gerettet auf alle Fälle. Äh, Event, Event. Das heißt, wir haben... Ich sehe grad nichts, so. Wir haben Buch. Du Box. Das kann alles noch sein. Poltergeist. Für einen Polter schmeißt er zu wenig. Die Kamera ist da aufgestellt. Ja, die steht schon da. So, warte mal. Brauche ich die einmal? Jetzt machen wir da mal ein Protter. 2,3 Grad. 1,3 Grad. Huck. Nein, komm nicht weiter. Ah, da ist er. Oh Gott. Ich glaube, ich bin... Der ist direkt hinter mir. Komm nicht weiter! Hier ist der Sturm jetzt. Ja, ich? Ja, er sperrt da zu, weil er heimt ist. Es seid... Alle genau vor mir gestanden und alle dazu. Da ist vielleicht ein Versteck. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, ob das zuhört. Gut, jetzt weiter geht's. Und ich... Da waren es nur noch zwei. Ja, wir werden jetzt Salz mit runternehmen. Da werden wir... Kann ich jetzt das Lautstärkengerät da lassen? Lass alles einmal da, ja. Also alles bis aufs Licht. So mache ich es auch immer. Ich habe noch was eingesteckt gehabt. Nein. Nein, ich wollte jetzt mit der Kamera noch ein wenig abschauen, aber... Ja. Ja, ja. Ja, gut. Die Sanity ist ja... Wir nehmen einmal jeder zwei. Groetze ist auch gefackelt, gell? Das wisst ihr aber. Aha. So, zweimal Salz. Äh, sonst... Warte einmal... Da die Kamera, können wir mal schauen. Oh, hä, wie steht denn der? Der schaut genau ins Zimmer rein. Das ist unsere. Drasten wir die Taschenlampen ab. Schauen wir mal ganz kurz, ob er da vielleicht durchreint. Ich erkenne damit viel. Dotz, hast du das gesehen? Ja. Ja, als Geist habe ich das gesehen. Die Augen, das ist wieder langsame wieder. Dann mach Fotos. Wir brauchen Fotos. Ich komme während der Jagd. Du kannst reicher mitnehmen. Das heißt, von denen können wir sich nicht verstecken. Ein Feuerzeug machst du auch. Warte, wie viele Fotos brauchen wir denn noch genug? Eins, zwei, drei, sechs, sieben, neine. Puh, na schauen wir. Ist das dein Kind wieder oder was? Nein, nein, das ist der mit der Ochs, ne? Ochs hat er gehabt in der Hand, ja. Warte, er ist schon wieder erinnert. EMF. Ja, mit irgendwas hat er geschmissen, Herr. Ja, mit irgendwas hat er geschmissen, Herr. Ja, mit irgendwas hat er geschmissen, Herr. Wo liegt's? Ah, da habe ich eine schöne, danke. Jetzt holt sie es auch schon. Oh, ich schätze mal. Ja, führen Sie es auch schon acert. Knochen hat aber noch nicht. Nein. Na? Das wirdts Bass play. Da geht doch schon mit Cos. Da ist ja. Ich weiß nicht. Das ist auch eine Kackehaufen auf dem Bett. Oh ja, das ist der Knochen. Kannst du aufsammeln? Ich hab da aber gefragt, gell? Ja, ich brauche mal. Ja. So, das heißt, wir brauchen noch... Fotos, oder? Ein Foto. Kommen wir dem Geist während der Jagd. So. Wir gehen noch einmal raus. Wird schwierig sein, wenn er die Türen zusperrt, oder? Na, wir müssen sie nur gescheit eindecken. Es gibt noch zwei Räucher, gell? Genau. Ich hol mir jetzt... Wir nehmen einmal das Licht mit oben. Und dann stecken wir auch einmal Räucher ein. Er hat das Licht da gerade. Habt ihr da leicht? Ja, das kann uns eh wurscht sein. Das schmeißt mit Sachen da herin. Ja. So, wie machen wir das? Ich brauche einmal ein Feuerzeug, einmal das. Ja, geht herum. Einmal das. Ja, das ist das Dotz. Wie kannst du das steifeln, die Kamera? Indem du noch einmal die gleichen Pfeuertasten drückst. Hast du noch einen Platz nahe, gell? Vielleicht besser. Ja, ist wurscht. Da haben wir uns. Hast du noch einen Platz nahe? Nein. Oder? Okay. Gut, gehen wir. Boah, wie reiner wir da hin. Ich muss... Ah, wir dürfen nicht gleichzeitig reichen. Was meinst du? Weich. Wennst du ihn nicht finstern abt? Na ja, früher oder später finstern. Was wird passieren? Der Sanity geht in den Arsch und er wird gleich handen, ne? So, wo haben wir denn die? Da ist der Fotoapparat. Ist es Zeit? Ist es Zeit? Er hat Zeit. Ja, passt. So, jetzt müssen wir ihn handen lassen. Und zwar... Wohin? Wir werden, wenn er da rauskommt, werden wir mit ihrem Vierer rennen, wenn wir aussteigen mit ihm, dann reichen und dann rennen wir wieder da zurück in die andere Richtung. Weißt du, wie mein? Ja. Wie gesagt, das ist eh der, der so langsam geht. Verstecken kann man sich sowieso nicht vor ihm. Dann bist du aber schon froh, dass ich mich geopfert habe, sonst hätte einer von euch genommen. Ja, eh, ich hab mich ins Eck gesetzt und hab noch gewartet, wenn er sich hört von uns. Na schau, ja, der, der, der. Hey, sag das. Ah, da schlampt man. Nehmt ihr, keine Hand, keine Hand. Ah, er sinkt noch. Ja, jetzt, äh jetzt habe ich mich bewegt. Kannst du dann auch schauen können. Ich hab mich gesehen. Jetzt, oder? Nein, nein... Nein, 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 nein. Normalt sollte er von da rauskommen. Na ja, wenn er halt draußen spawnt, dann habt ihr Pech. Bei der Oben glaube ich nicht. Küchenrolle, da glaube ich ein Bäder geschmissen. Warte, das ist eine Hand. Komm zu mir. So geh, er ist raus. Ich bin bei dir. Fuck, das war aber kein Tier oben, oder? Oh, er ist schnell. Ja, ich hab schon. Rein, durch, durch. Noch ein Räuchern. Ah, ich hoffe, dass es nicht spät war. Es war spät. Nein. 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 Er war ziemlich flott unterwegs. Scheiße, wie mal denn da ist. Das ist ein Arsch da mit ihm zusammen. Ja, ja, ich hab dich gehört. Und er ist definitiv draußen gestartet. Ja, ist er. Wie ich gesagt hab. Ja. Wenn es reich ist, kannst du hier am Tuch reinmachen. Okay. Dann nicht, wo du hier anstiegst. Oh, das ist ... Ja, ich probiere es jetzt zu speziellen. Ja, jetzt. Ja. Ja, der Wehr hat da die Glocken weg. Jetzt stirbe, weil ich nicht klingelt habe, beim Außen nicht und beim Einen nicht. Jetzt bin ich tot. Das Kreuz hat brennt. Du wolltest das spannend haben. Oh, ich komme den Börst während der Jagd. Das heißt, ich muss, da geht die Tür zu. Das heißt, er ist wieder da. Genau, war der Hunter. Ja, passt, 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 passt. Er kommt raus. Das ist er, er kommt zu dir. Er kommt zu. Er ist hinter dir. Er ist hinter dir. Er ist hinter dir. Okay, jetzt. Passt perfekt, Alter. Das ist ja gar nicht so einfach mit den ganzen Klumpen, was da steht. Na, ich bin hinter dir. Na schon, war sogar gut, dass ich die Glocke entfernt habe. So. Aber immerhin habe ich jetzt eine wunderschöne Nahaufnahme von dem alten Mann. Okay. Nein, mein Gott. Habt's eine Seicherung? Ja. Wie? Dann. Deogen. Deo, warte jetzt. Deogen. Das macht nichts. Na, du bist aber kein guter Geisterjägerlos, deine Kollegen, du. Geh, 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 komm, Deo ist meinst. Na, gut. Na, passt ihr, Lieben. Das war's für heute. Mhm. Vielleicht, dass ich auf Abend wieder online gehe. Das schauen wir mal. Muss ich dann noch gucken. Gut, dann wünsche ich euch was. Tschau, tschau.